Hallo zusammen, ich bin Seraphine Dettweiler, ich bin 19 und fahre seit ich 3 bin in den Velos. Es hat alles angefangen mit dem Leica-Bike. Mittlerweile fahre ich 5 verschiedene Velos und habe es zum grossen Hobby, zu meiner Leidenschaft gebracht. Ich bin damit auch schon halb professionell unterwegs auf verschiedenen Tracks. Beruflich bin ich im letzten Jahr von der Ausbildung zum Fachmann Betreuung mit Kindern und arbeite im Wald mit den Kindern zusammen. Das Velofahren bedeutet für mich Erholung. Der Ort wo ich abschalten vom Alltagsstress und gleichzeitig auch noch fit bleiben. Und weiterhin möchte ich gross und klein zum Velofahren motivieren. Das erreiche ich durch das, dass es einen Kurs gibt und durch meine Präsenz auf den sozialen Medien. Ich wünsche mir gegenseitigen Respekt vom motorisierten Verkehr wie auch vom Veloverkehr, dass es für beide genug Platz gibt, wo man sorglos durch die Stadt fahren kann. Auf Wiedersehen! Musik 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 Musik